Ich bin Kathrin Raui und ich bin Filial-Lederin von unseren zwei Marken Naturae Dekuvert und Yellow Corner. Das Westside ist für mich besonders, weil mir gefällt die Architektur sehr. Es ist sehr hell, es ist fröhlich, es ist innovativ und mein Arbeitsalltag ist genauso vielseitig wie der Center. Ich bin sehr vielseitig interessiert. Und dadurch, dass ich zwei Läden haben, deckt es das relativ breit. Im Yellow Corner habe ich Kunstfotografie. Da können wir über 20'000 Fotografien anbieten von rund 600 Fotografen. Auf der Gegenseite haben wir Naturae Dekuvert. Das ist ein Laden mit 5 verschiedenen Reignons. Mit Autoren, mit Büchern, mit Geschmack, mit Wellness und mit Kindern. Und das gefällt mir natürlich auch sehr. Liebes Westside, wünsche dir alles Gute zum Geburtstag. Bleib so, wie du bist. Immer viele Emotionen und Innovationen. Eine Torte voll Glück und gute Zusammenarbeit mit allen Mitarbeitern. Mit Darbeid deri. MÜZİK MÜZİK MÜZİK